Kleine Info am Anfang, ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was gedacht, meine Überlebenskünstler und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wir sind heute mal wieder auf dem A5-Server unterwegs und unser Weg führt uns sogar nach Celeno, wo wir einen absolut kranken Fight hatten. Eins, zwei, go. Let's go. Schüsse von rechts, hier draußen. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich bin in dieser Lagerhalle, wo die Zombies gerade draußen sind, ich muss mich dreimal verbinden. Und dieses Mal sind wir nicht nur an der Küste unterwegs, wir laufen ins Landesinnere rein, Richtung Military Base von Dichina. Aber unsere Reise beginnt natürlich in Kamishobo, wo wir leider ein Missverständnis zum Opfer gefallen sind. Hey Oni, man, you remember me? Hallo. 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 Ist das du? Hero, bist du da drin? Der gute Noise und der Schoko haben sich uns in Kamishobo natürlich noch angeschlossen. Und ich würde jetzt sagen, lehnt euch zurück, bleibt bis zum Ende dran. Let's go. Pa, 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 pa. Da guckst du dir an, full equipped. Ach, die Maske? Hast du wohl Angst vor Corona? Und natürlich, ihr kommt an und es fängt an zu regnen. Ja, ich weiß ja, wie ihr ausseht. Wie du da guckst. Okay, lass töten, oder? Hör auf. Wollen wir da lang? Die Schüsse kamen links jetzt raus aus der Halle. Ja, würde ich sagen, oder? Rein in die Olle. Gut, kann ja nur das Grüne gewesen sein, oder? Oder halt hier irgendwo. Ah, Quater geht ja nicht. Ah doch, da gibt's noch eins. Warte mal. Wo habt ihr die Leichen gesehen jetzt? Genau, bei Auferstraße. Guck mal ganz kurz den Berg rein. Wow. Von links. Ja. Ich hab drei Hits. Ich hab eine Schnittwunde. Du musst mich ganz kurz verbinden. Ja, ja. Okay. Hat einer links, ja. Der läuft. Der ist rechts jetzt zum B schon in den Haus. Ich muss mich ganz kurz bandagieren, Leute. Der ist jetzt rechts auf der Straße. Der pusht uns. Auf Zambys. Der pusht, der pusht, der pusht. Der kommt von rechts. Ich muss mich ganz kurz bandagieren. Ne, jetzt kommt der nicht. Oh, verpisst er hier scheiße. Ja gut. Ich pushe wieder zurück zur großen Halle erstmal. Ja. Ja. Ich auch. Ich hab immer noch eine Schnittwunde. Ich auch. Genau diese Situation ist dieses kleine Missverständnis, denn Uni des Shinobi und Bolt Brawl, Jungs, Grüße gehen da auf jeden Fall raus, haben uns übern Haufen geballert. Nichtsdestotrotz, wir machen uns gleich wieder auf den Weg dorthin. Ich versuche jetzt natürlich da irgendwie wieder hinzukommen, dass... Oh mein Gott, was geht denn da ab? Ich versuche jetzt natürlich irgendwie wieder darüber zu kommen, dass wir unseren Staffen saven können. Oh shit, da läuft einer. Ich probiere mal mit denen zu reden. Yo, 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 wassup, man? Hello? Can someone hear me, man? Oh shit. Don't kill me, man! Okay, ich probiere jetzt gleich wieder so schnell wie möglich da rüber zu kommen. Ich versuche irgendeine Waffe zu grappen. Warte mal, komme ich an dem seinen Loot ran? Ähm, nee, anscheinend nicht. Danke, Daisy. Danke, Daisy, für nichts. Was hat der hier? Ja, wenigstens etwas. Warte mal, der hat vielleicht noch was. Ah, der hat eine M4. Nein, rein, 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 schnell, schnell, schnell. Jo, und weg. Warte mal, hat die Schuss? Nein, hat keinen Schuss, scheiße. Okay, dann habe ich eben nur eine Kugel. Was soll's. Hey, Leute, was ist das, Mann? Hallo? Kannst du mich hören, Mann? Kannst du sprechen? Yo, Bro. Hey, Uni, Mann! Du erinnerst mich? Hallo? Ja, ist das du? Du bist hier drin? Nein, ja, wir waren in dieser Halle. Und du kommst und schießt uns, Mann. Oh, wir wussten nicht, es war du. Ich bin nicht mit Marvin. Ah, okay. Warte, warte, ich legge meine Kugel weg. Ich komme in, Mann. Marvin ist mein Enem. Okay, okay, warte. Ich öffne die Tür, Mann. Go ahead. Hey, bros. Was ist das, Mann? Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst wiederholen, aber du kannst mit uns bleiben. Nicht mit Marvin. Oh, nice, Mann. Perfect. No, so, ich, ich weiß nicht, Marvin. Ja, nein, Marvin war hier drin. Nice, Bro. Ja, Mann, ich habe fünf Leute in hier. Holy shit. Ja, okay. Ist es okay? Ich habe die Sachen für meine Freunde, du. Ja, ich habe ein paar Sachen für deine Freunde. Das ist okay. Hey, ihr dürft reinkommen. Das ist Bold, Bro. So, das, das ist meine Freunde. Meine Freunde, ihr, inside this hall, Mann. Hello. Ja, noise ist meine Freunde, Bex, also. Und Schoko. Okay, wir gehen jetzt. Und dann, ich schreibe dir ein Messer, Mann. Es sollte ein Auto sein. Es sollte ein Auto sein. Hold on. Let's see. Es sollte ein Auto sein, hier. Schau, das ist das. Oh, ja, Mann. Wir werden dir helfen. Ich denke, sie haben alle Wasser benutzt, also. No, ja, let's, oh, no. Oh, the tires are shot, the tires. Oh, shit, yeah, I see it, Mann. I think there's another car over there. There's two tires. Hold on, come, come. There's a car over here. He probably, he probably, I don't know if he ruined it, though, because he drove it without water. He was just trying to get here to fight. I'll help you, I'll fill it up for you, though. Just cover me. Nah, it's perfect, Mann. And then you can go get your friends and come back. And then, uh, we could all be together. Uh, how do I, how do I look and see the kills? Holy shit. On the big hall, Mann. Wait, wait, I don't leave you, Mann. We support us. I got it, let me go. I'm on your back. Hey, freeze, man. CJ, turn around. CJ. CJ. You know this guy? CJ, we're behind you. Look in the building. Is that, is that, is that. You got me. You got me, I'm bleeding. You got me, I'm bleeding. He's Bought, bro, man. Okay, nice. Where's noise? This guy's still alive, he's Reezy. Yo, this guy, I don't like this guy, either. He's with fucking, uh, fucking Marvin, bro. Fucking hate him. Hey, Paul. He turns. Hey, Paul, I was in your video. I know, man. Did you hear noise? I love your videos, bro. Thank you. But, but you don't understand, man. It's German. No, I can understand a little bit, but your edits are fucking funny, bro. Nice, perfect, man. Yeah, I like him. I like him. Thanks. I'll follow you on YouTube, man. Uh, take that other car. Yeah, man. I take this one. Oh shit, kill the zombies. Holy shit, wait. Wait, kill the zombies. No, I'm killed. No, I'm killed. No, man. Come, let's get you out of here. Holy shit! Okay, Leute, so good luck, man! Alright, ich werde einfach deinen Freundes anwenden, wenn ich zurückkomme. Und dann, ich werde dich sehen, wenn du zurückkommst, okay? Okay, perfekt! Stay alive, man! Alright, man, be safe! Hallo, hallo? Hallo? No, ich steig ein! Steig ein, Bro! Was ist hier los? Du musst die Waffe wegstecken. Ja. Ich hab auch gerade ein Auto von denen gekriegt, ja. Okay, lass uns erstmal... Nee, nee, die haben mir das gegeben. Lass uns aber erstmal hier weg, ja. Ja, hier vorne, das haben die mir auch gegeben. Ich hab gedacht, du hast mich alleine gelassen. Hä? Ich hab, ich hab erst gedacht, du hättest mich alleine gelassen. Nein, ich hab dich gesucht. Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Wir haben da drinnen in der Halle gerade eben noch jemanden getötet. Alle überlebt? Ja. Und ich hab echt übel viel Stuff für euch. Ja, aber die M4 ist ja komplett leer. Hier, ich hab Munition, ich hab Munition für die M4. Oh nein! Seh ich doch eh wieder nicht. Oh, doch! Stark! Danke, Jungs! Warte, ich probier noch einmal die Dings abzuwerfen, ja? Hat jemand Klebeband von euch? Nee, sehe ich nicht. Hab ich, ja. Es geht vielleicht. Öh, einer mit der Fackel, wer ist das mit der Fackel? Ja, das ist das Dings hier. Schoki. Ah, ja. SOS. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir wollten uns eigentlich auf dem Weg nach Balota Airstrip machen, als unser Auto auf einmal ne Panne hatte und andere Spieler auf uns geaimt haben. Mach keine Funktion. Nee, ich schlag hier auf den Boden. Da hinten, da hinten. Komm, zwei. Wo? An den Bäumen, an den Bäumen. Ach ja, ja, ich seh sie. Die haben abgeaimt. Ja, die aimen auch. Einer ist dead. Rechts ist dead. Einer. Der andere rennt weg. Ja, komm. Den holen wir uns. Oder? Dann haben wir Loot, ja. Da ist er. Wo ist der? Rechts. Rechts hinter der Mauer. Hinter der ersten oder der zweiten? Zweite Mauer. Also auf den Schienen ist er. Nee, 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 nee. Wir sind auf den Schienen. Da steht ein Auto hier vor uns. Jetzt hab ich keine Ahnung wo er hin ist. Jetzt hab ich keine Ahnung wo er hin ist. Ich weiß ja auch was ihm geht. Nee, nee. Warte mal. Wo ist denn die Leiche? Hier. 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 Er kommt's hinter dir. Da. Hinter uns. Da kommt ein Auto. Aufpassen genau auf dich zu. Ich seh's. Oh, wo ist der andere? Okay, ich hab mal alles gecrappt. Ich kann gleich aufteilen dann. Aber ich hab jetzt wenigstens auch eine Mosin. Oh, und M4, Moni. Und wie viel. Der hat auch genug Stuff. Wow. Schüsse von hinten. Hinten. Ja, ich seh's. Der ist neben dem Strohbein. Da pusht mich einer. Wer ist das? Wer ist das hier vorne? Ich bin jetzt hier vorne. Der Blackest bin ich. Ich hab ihn. Leute, ich hab ihn. Okay. Musst aber Motor ausmachen. Wenn wir einsteigen, bitte. Danke. Boah, dass man nicht gleichzeitig einsteigen kann, nervt auch. Komm. Ab geht's. Hier liegt noch eine M4, ne? Links neben am Auto. Kannst du nicht nehmen, die ist verbatgt. Tja, würde ich mal sagen, haben wir souverän geklärt hier, oder? Ja. Hat er gut gemacht. Ich kam mir voll los vor mit meiner M4 ohne Visier. Ich hab mich einfach nur hinter dem Auto versteckt. Hinter unserem Auto versteckt, weil die geaimt haben. Also, einen hab ich gekillt. Den anderen hat Teufel gekillt. Und den anderen davor hat auch Teufel gekillt. Ich hab ihn angeschossen. Ne, ich hatt's ihn angeschossen. Du hatt's ihn auch angesch... Du hatt's ihm den letzten Hit gegeben. So, willkommen zu ihrer ersten Fahrprüfung. Neus guckt auch mich ganz komisch an, irgendwie. Ich hab grad einen Screenshot gemacht und schick dir den mal. Wir alle voll verstört gucken. Nachdem wir das erste Auto geschrottet haben und das zweite, dachten wir uns, alle guten Dinge sind drei. Nein. Nein. Ja. Ne, einen ist damit doch drin, aber das reicht doch jetzt nicht. Warte, ich muss was kriegen. Ey Neus, du bist so ein Affe. Ich kann nicht einsteigen, wenn du da drückst. Ich erschieß den jetzt. Okay, okay, komm, komm, komm. Das war nicht nett. Aber lustig. Guck mich nicht so an. Das lacht mich. Und die anderen? Der Rest von euch. Achte. Spieler, Spieler, Spieler. Wo? Wo? Äh, unten vor den Zelten. Auf der linken Seite. Okay. Einer? Ich hab einen Bus gesehen. Also bei den Camouflage Tower, bei den Zelten ist der gerade gelaufen. Da steht auch ein Auto. Ähm, wo bist du gerade? Ich bin in der großen Halle. Aufpassen, da ist gerade einer. Okay. Ich weiß nicht, ob... Ich gucke rechts rein. Wer steht mit Helm vor der Tür hier? Ja, der steht vor der Tür. Nein. Ja, ich bin ein krankisches Tod. Ist das? Nein. Ich fange. Mann, ey. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Liegt vor der Tür. Guck mal kurz, ob der ein krankisches ist oder tot. Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, dass... Du meinst die Türe, wo ich gerade stande. Ey, vor dem Tor. Ich hab jetzt schon alles dabei. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Warte, ich gucke. Weil vielleicht ist er glaub ich auch vor mir gespawnt. Warte mal, ich... Heute den... Kurzes Update an dieser Stelle. Wir sind jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Der gute Bex und ich, wir machen uns auf den Weg nach Celeno, weil wir gehört haben, da soll es ganz schön abgehen. Und bevor es jetzt nach Celeno geht, würde ich sagen, gibt es erstmal einen Clip Daisy Kill of the Week. Daisy Kill of the Week. Der jetzige Clip wurde mir von Bin3 mal besser zugesendet. Grüße gehen auf jeden Fall an dieser Stelle einmal raus. Ich würde jetzt sagen, wir klicken uns jetzt einfach direkt rein und schauen, was da passiert. Oh scheiße, 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 hier sind Schüsse, hier sind Schüsse. Egal, also rein, rein. Okay, ich glaube, das ist nicht sein Auto. Gehen die Schüsse auf ihn oder auf Zombies? Oh, komm. Oh shit, schalte! Fahr doch los! Nochmal Kreis, nochmal Kreis, und los, und los, und los, und los! Oh scheiße, hier! Scheiße, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser für den Autocühler, aber ich habe kein Ding. Okay, jetzt interessiert mich, was da passiert. Er schießt bei meinem Wagen. Oh shit. Oh, okay, das ist ein Zombie. Ah, da kommt der Spieler. Oh scheiße. Der überfährt den, oder? Nein! Hat er nicht getan. Ich habe den Typen, die den Wagen gehört, überfahren. Hat er nicht getan. Und er ist auch noch ein absoluter Bambi, ne? Er hatte nichts. Ich würde mal ganz kurz da nochmal zurückspulen, da wo er ihn dann erwischt hat. Hier auf der Höhe. Ich habe, ich habe ein Spiel überfahren. Er war selber halt voll überrascht, ne? Oh mein Gott, ich habe ein Spiel überfahren. Wie geil. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, Daisy Kill of the Week geht dieses Mal an, bin dreimal besser. Grüße gehen auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Liebe Leute, schickt mir auf jeden Fall mehr Daisy Clips zu, dass ich drauf reacten kann. Lasst uns da eine mega Community werden. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, keine einzigen Zombies. Ich meine, hier auf dem Server sind ja eh weniger Zombies. Aber eigentlich sind hier immer paar. Also Prison ist auf jeden Fall offen. Sieht jetzt mal, mir ist da so ein orangen Baum da davor, so eine Birke. Aber es sieht offen aus. Ja, Prison ist offen. Also war hier jemand. Schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur gucken, für wen? Für uns oder für die? Hallo, für uns. Ich lade lieber mal nach, warte mal. 60 Schussmagazin lieber drin anstatt 30. Ich lade auch nach, ein Schuss mehr. Ja. Erstmal kurz ins Prison. Gleich reinrennen oder willst du kurz noch peeken? Erstmal peeken. Ich bin in Prison drin. Ich gehe mal hoch. Ja, bin unten. Unten ist safe. Almost safe. Gilly, direkt vorne. Ach du Scheiße. Der hat das Tor aufgemacht in dieser Werkstatt. Okay. Komm da aus der Zelle raus. Würde ich sagen. Da ist es doch. Ja, ich sehe. Der kommt her. Der kommt her. Peaked. Ich bin unconscious. Ich bin tot. Nein, nicht dein Ernst. Der hat auch auf jeden Fall zwei, drei Hits. Ey, fuck. Ich weiß nicht, wo der ist. Egal, versucht durchzuhalten. Ich gucke gerade, wo ich bin. Ich bin tot hier. Ja, die fuck, man. Der hat eine Plattenweste. Wie viel Schnittwunden hast du? Zwei. Zombie-Agro im Haus. Ach Gott, der schät ich doch. Holy shit. Ich bin so lowlife. Oh. Ja, halt durch. Ich bin Kamenka gespawnt. Das geht eigentlich. Ich weiß aber nicht, ob der vielleicht... Vielleicht habt ihr euch getradet. Ne, ne, der ist wieder rausgerannt. Ich habe es gesehen. Oder er ist dann noch irgendwie... Ah ja, der hat Zombie-Agro. Oh. 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 Ich besorge mir was zu essen. Dann komme ich mal Kamenka. Oh. Ja, der Zombie-Agro da draußen. Ich weiß nicht, wo der ist. Hattest du auch auf ihn geschossen? Ne. Ich wollte abdrücken, aber dann standest du auf einmal du mir im Weg. Oh, ja. Und dann war ich auf einmal an Kahn schossen. Der hat durch dich durch. Hat er mich weggelöchert. Ich mach Tür zu. Nice. Ah ja. Ah ja. Bist du dead? Nein, bitte nicht. Okay. Aber die kamen irgendwo vom Bahnhof, die Schüsse. Ah, ich habe Bewegung gesehen. Hier hier? Weiß ich nicht. Ich habe nur ganz kurz was gesehen. Vielleicht war es auch noch ein Zombie. Hier ist doch die Rote Halle, ne? Mhm. Zwischen Rote Halle und Feuerwehr sind doch zusammen. Rote Halle. Das kommt von Rote Halle, oder? Ah ja. Was denn jetzt? Was geht denn hier ab, Alter? Jetzt kam ein Schuss auch noch Richtung Bahnhofsgebäude. Ach. Die absolute Action hier in Celeno. Grüße gehen an dieser Stelle absolut nicht an euch da raus, ihr Affen. Okay, also... Ich weiß jetzt nicht, ob die dann da zusammen gehört haben. Oder ob die gegeneinander gefightet haben. Da läuft einer. Von der Roten Halle weg, über dem Platz, ist er Richtung Backsteingebäude gelaufen. Das war aber kein Ghillie. Backsteingebäude? Ich sehe kein Backsteingebäude. Ich sehe kein Backsteingebäude. Dieses rote Backsteingebäude, was vorne ist. Also der ist vorne Richtung Richtung erste Elberracke gerannt. Ah, okay, 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 okay. Hatte, glaube ich, einen großen Feldrucksack auf. Warte mal, ich gehe mal runter. Was da auf in der Zelle, ne? Die kamen vom Berg. Auf der Feuerwehr ist einer. Ja. Sehr schön. Ich habe es gerade gesehen. Nice. Es war aber auch kein Ghillie. Da, auf dem Feld, hat noch einer geschossen. Auch aufpassen. Wo ist der jetzt? Richtung Elberracke? Ist der vielleicht doch zur Feuerwehr gerannt? Nee, nee, das war der nicht. Der auf der Feuerwehr sah anders aus. Der, wo zur Elberracke gerannt ist, hatte den gleichen Helm wie ich. Diesen komischen Riesenhelm da. Weißes Sturmhelm. Der oben hatte ja einen schwarzen, glaube ich, gerade an. Ja, ja, Elberracke ist einer. Fightet gerade mit dem Zombie. Okay. Ich habe es gerade gesehen. Opfer fehlt. Ist dead. Stark. Die Frage ist, soll man probieren, durchzuziehen? Weg von Celeno? Oder willst du ihn tot sehen? Ich würde eigentlich eher den Rückzug antreten, glaube ich. Komm, wer nicht riskiert, kann nicht gewinnen. Willst du die Mine hier liegen lassen für ihn? Nee. Falls wir doch wieder hier rein müssen, falls jetzt irgendwas schief geht, weißt du. Okay. Ich mache mal kurz Prison zu. Okay, dann schließe ich jetzt die Tür auf. Würdest du sagen, rechts rum hinter das Prison, oder? Rechts rum, dann am Prison links, oder? Äh, an den Schienen links rum, oder? Und dann hinter den Bahnhof und dann weg. Genau. Ja, gar nicht durch Celeno durch. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich nicht. Mach du die Türe auf, ich push gleich raus. Okay. Eins, zwei, go. Let's go. Schüsse von rechts, hier draußen. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Wo bist du? Jetzt. Ich bin rechts. Hab drei jetzt. Schaff ich nicht. Ich bin hinterm Prison jetzt. Ich sehe dich, du kletterst runter, ne? Ja. Komm hier rechts lang. Das schaffe ich nicht, Bex. Ich habe nur... Ich habe Prashen. Der fight ist doch gegen anderen. Ich hitte. Das bin ich. Achso. Das schaffe ich nicht, Bex. Oh, da schießt noch einer auf. Ups. Gilly ist tot. Wo bist du? Nice. Ich bin in dieser Lagerhalle, wo die Zombies grad draußen sind. Ich muss mich dreimal verbinden. Oh, mein Blut ist ganz rot. Ich könnte es schaffen. Bei mir steppt einer. Bist du das? Nee. Es hat noch einer von irgendwo geschossen, Richtung Rote Lagerhalle. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht getroffen habe. Hey, glaubst du mir das? Hast du, hast du. Der war komplett down. Ja. Okay, ich bin jetzt hier in dieser kleinen Lagerhalle. Ich habe übelst Zombie-Agro hier drin. Oder drumherum, besser gesagt. Ich weiß, wo der andere sitzt. Der sitzt im grünen Haus oben. Auf dem Balkon. Okay, komm. Ich nehme die Zombies raus. Ich komme zu dir jetzt. Ja, vorsichtig. Ich schieße jetzt gleich. Die laufen hier bei mir gleich rein. Ja. Der Schuss ging... ...aus der Waldlichtung oben. Ja. Warte, vielleicht... Vielleicht Zombie-Agro jetzt bei dem. Ich bleib mal ruhig kurz. Steppst du? Nee. Oh, ich weiß nicht. Sind das Zombies, oder...? Zombies vor deiner Tür, ja. Okay, ich mache da jetzt auf. Bringt ja nix. Bringt ja nix. Ich muss auf zum Mission. Ich muss kurz reloaden. Alter, was ist hier los? Wo kam das aus der Waldlichtung? Ich habe das genau gehört, aber ich sehe nicht. Kannst du nicht schrecken? Was ist mit Leben? Ich kann nicht... Ich kann nicht richtig rennen. Nicht... Gelbes Leben. Wollen wir wieder ins Prison? Ähm... Oder willst du weg hier versuchen? Nee, am besten eigentlich weg hier. Oh, schau. So viele können das doch gar nicht mehr sein. Wie viele sind denn das noch? Ich habe die ganzen Einwohner Celenos umgebracht hier. Nice. Ging der Schuss eigentlich auf dich? Der von... Ja. Der Richtung da kam? Ja. Aber wie, das? Hattest du die Tür Richtung Prison auf, oder? Ja. Achso. Okay. Jetzt ein Zombie noch. Ich schieße trotzdem. Ich push jetzt raus zu dir. Oh Gott, steh mir bei, steh mir bei. Hör auf auf mich zu snipen. Bitte snipe nicht auf mich, Bro. Kletter diesen Waggon hoch. Ich dank dir. Und jetzt einmal da rein und Container schließen. Danke. Und den nächsten Container aufmachen. Let's go. Oh scheiße. Oh scheiße. Ich bin jetzt im Bahnhofsgebäude. Ich wart hier mal kurz auf dich. Ja, Alter. Ich bin auf den Schienen jetzt links vom Bahnhofsgebäude. Da ist doch Schrott oder was da alles ist. Müll. Ich komm jetzt rein. Ja, ich bin hier. Mach mal Tür zu. Komm mal her. Komm mal her. Ich werde mal stehen. Ich kann's dir nicht in... Ach, geht nicht. Was... Was wolltest du machen? Siehst du den? Nope. Ich kann noch nicht mehr. Ja, Morphin war das eigentlich. Warte, ich hab... Warte kurz. Ich hab Schmerztablet nicht. Ich baller mir ganz kurz Codein. Warte, ich baller mir noch ein Adrenalin. Ich päppel mich jetzt so richtig schön auf. Rein damit. Okay, von mir aus. Okay, dann geh weg hier. Let's go. Tja, erstmal weg hier. Den mit dem Ghillie, also... Ich hätte ihn so gern getötet, aber glaubst du mir, ich hab gar nichts getroffen. Ja, alles gut. Also du hast ihn auf jeden Fall getroffen, weil er ist... Er hat entweder rotes Leben oder rot blinkendes Leben und da hab ich ihm halt noch einen Shot verpasst. Okay, perfekt. Ich konnte dir halt nicht helfen wegen dem im grünen Haus, ne? Der hat halt, wenn du hier jetzt auf dem Bahnhof guckst, linke Seite oberhalb, in eines der ersten Häuser gesessen. Ich weiß gar nicht, die haben glaub ich nicht zusammengehört. Ich glaub, das war noch ein anderer. Der hat mich halt beschossen, ne? Ja, alles gut. Ist doch gut ausgegangen für uns. Wir haben Rache. Die Rache ist mit uns. Nachdem wir diese Situation hier in Celeno überlebt haben, wollten wir natürlich so schnell wie möglich weg zur Military Base nach Dichina. Und was dort passiert ist, das glaubt ihr nicht. Ich pusch gleich fort zur Wand. Oh, es war eben Server Restart und die Baracken sind auf. Ja, ich seh's. Ja, Spieler. Oben links bei den Containern ist er. Zwei sogar, glaub ich. Ich seh die von hier nicht. Oben links weißt du die Container, die da sind. Ach, da oben. Oh scheiße. Da waren die und sind jetzt nach rechts gelaufen. Okay, dann lass uns mal ganz gemütlich hier an der Wand entlang. Da sind sie wieder. Ich seh sie. Zwei Stück. Warte, der kommt. Drei. 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 Das sind drei Spieler. Ja. Da rechts war grad noch einer. Da siehst du ihn. Links jetzt. Links. Da ist einer. Da. Oh ja. Das sind drei Spieler. Dann sollten wir gut überlegen. Könnten denn einen hier rechts setzen in der Baracke? Wollen wir es riskieren oder nicht? Ist die Frage. Ähm. Vorsicht. Wir könnten vielleicht auch probieren mit denen zu reden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh ne. Ich weiß nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Die haben halt keine Ahnung, dass wir da sind, ne? Oh, den könnten wir jetzt holen. Links ist auch wieder rausgepusht. Ich weiß nicht. Was wollen wir machen? Den könnten wir holen, ne? Wollen wir reinpushen, ihn holen? Vorsicht, rechts ist noch einer. Ich glaub, der hatte ich gesehen. Rechts war noch einer. Noch einer? Ja. Vorsicht, der eine pusht jetzt grad dorthin. Der andere kommt hier auch. Links. Oh shit. Ja, jetzt pusht er wieder raus. Ich glaub, der hat mich nicht gesehen, oder? Wenn dann überhaupt... Ah, da rechts rennt wieder einer. Oh, der ist rausgerannt. Wohin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt gleich hier aus der Ecke rauskommt. Ja. Ja. Da war noch einer. Scheiße. Komm. Er ist tot. Lass den Wald zurück. Ja. Stark. Also es sah zumindest so aus, dass er umgefallen ist. Ich hoffe es. Ja, der liegt da, glaub ich. Ich guck ein bisschen links von uns. Ja, ich bin rechts ein bisschen dran, aber ich hab rechts gut, schlechte Sicht. Ich nutze auch. Hat er mich echt gesehen? Och, dann waren das vielleicht vier, oder? Das kann sein. Ja. Holy shit. Was geht hier ab? Ich wollte doch eigentlich einfach nur Anschwung. Die sind da drin jetzt aufgescheucht, wenn ihr jetzt nicht zusammen gehört. Ich bin dead. Von rechts. Von rechts. Tja, so ist Daisy nun mal. Im ersten Moment gehst du übel ab, und im anderen Moment kriegst du halt einen Header. Im Nachhinein wurde Bex dann auch relativ schnell gekillt, aber leider nicht durch einen Spieler, sondern durch eine Mine, weil irgendeiner im Wald eine Mine hingepflanzt hat, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Liebe Leute, wir werden dann auf jeden Fall schon wieder am Ende von diesem Video. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich mega freuen. Und vergesst nicht, mir weitere Daisy-Kill-of-the-Week-Clips zuzusenden. Hier im Endscreen habe ich euch noch ein paar andere Daisy-Videoclips verlinkt. Schaut doch da vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere coole Video. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.